Willkommen zurück, mein Lieben, zum FM22 mit dem SV-Ending. Wir haben es endlich geschafft, wir sind Dietrich los. Der ist weg. Ich habe auch noch ein paar andere auf die Transferliste gesetzt. Zum Beispiel El Perin, der ist ja sehr sündhaft teuer. Der wird so oder so zum Saisonende gehen. Ein Problem, das ich noch habe, ist, Brake ist unzufrieden, weil er eigentlich zu Viktoria Köln möchte, weil die in einer stärkeren Liga spielen. Welche Liga spielen die eigentlich? In der zweiten Bundesliga, wow. Okay, dann können die doch eigentlich eine Ablöse von zwei Millionen oder so locker zahlen. Also, wenn wir Brake ziehen lassen, dann müssen wir das, dann müssen wir ordentlich eine ordentliche Ablöse kassieren. Ignorist gestrichen ist egal. Sehen wir irgendwo den Wert von Brake? Nein. Wie du mal sagst, ich möchte ihn behalten. Wir brauchen den noch vier Jahre lang. Danach kann er von mir aus gehen. Nein, eigentlich möchte ich ihn auch länger behalten, weil er ein Modellbürger ist. Und deswegen dann die Jungen gut trainieren kann, beziehungsweise im Mentoring helfen kann. Aber, mal schauen. Ich denke, wir werden ihn nicht ewig halten können. Angebote für Brake. Alle ablehnen. Könnt ihr knicken. Wir haben ihn definitiv noch diese und nächste Saison. Das Problem ist, vielleicht spielt er nicht ganz so gut, wenn er unzufrieden ist. Das ist das, was mich ein bisschen beunruhigt. Oh, ich muss noch. Damn it. Lass mich noch kurz die beiden Spiele anschauen. Halten ist nicht so toll. Wir bräuchten aber einen... Ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Wie wäre es? Gewinnbeteiligung bei Weiterverkauf. 30%. Das geht nicht. Also, den Torwart können wir vergessen. Friedl. Das ist zu schwach. Blank und Hoffmann. Der könnte vielleicht einen Knebelvertrag akzeptieren, weil er keinen Verein hat. Teilzeit für 300 Euro. Und Hoffmann wissen wir nicht alles über ihn. Kann ich nicht irgendwie das so einstellen, dass das immer abgelehnt wird? Giorgio ist auch unverkäuflich momentan. Äh, Transfermeeting. Werden wir uns gleich anschauen. Ja, er will wechseln. Wir wollen ihn aber nicht gehen lassen. Hängende Spitze im Mittelfeld. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Äh, wir brauchen einen Torwart. Und, wahrscheinlich auch da noch jemanden. Pereira, 18 Jahre alt. Wird nicht viele geben jetzt, denke ich mal. 26-jährige Flügelspieler. Wenn wir El Perrin loswerden, haben wir wahrscheinlich... Äh, dann sind wir wahrscheinlich gerade so im Gehaltsbudget-Raum. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich scouten wollen. Der ist 23. Der ist... Eine gute Zielstrebigkeit. Lass uns den mal scouten. Und hier, das wurde auch abgelehnt. Äh, scout den auch mal. Ein Torwart. Immer wichtig. Obas hatten wir bereits zum Probetraining. Pereira hat uns abgewiesen. Du hast die deutsche Staatsbürgerschaft, oder? Tatsächlich. Dann werde ich dich auch scouten. Okay, jetzt haben nur vier zugestimmt. Im Endeffekt. Aber besser als nichts. Würde ich sagen. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob wir... Ich glaube, wir hatten keine Angebote für El Perrin. Aber das ist etwas, was ich nochmal... Brick trägt sicher nicht das Ravensburg-Trikot. Das kann ich gerade vergessen. Äh, Gebot für Mucolari. Okay, ja. Nimm. Äh, El Perrin. Wo ist denn der? Äh, Verein anbieten. Gucken wir mal, ob wir den schon loswerden. Der kommt auch zum Probetraining. So. Ja, das Problem ist, wir kriegen seine Moral jetzt nicht mehr hoch. Weil er unzufrieden ist. Das ist ätzend. Können wir ein Gespräch mit ihm führen? Wir können nicht mit ihm über seine Unzufriedenheit sprechen. Weiß ich, warum das so ist. Aber, naja, was soll's. Müssen wir jetzt halt durch. So, ich hoffe, dass wir in der Episode noch mindestens ein Spiel machen können. Hier gegen mal Waldorf Mannheim 2. Ich glaube, das Hinspiel war dann ein ziemliches Tor-Fiesta. El Perrin ist einfach zu teuer. Oder wir behalten ihn einfach und gucken, dass wir jetzt irgendwie die zweite Saisonhälfte überstehen. Aber das wird, das wird schwierig werden jetzt. Wir hatten das ziemlich tumultreich in dem Transferfenster jetzt. So ziemlich viele Spieler sind unzufrieden und werden wahrscheinlich deswegen nicht so gut spielen. Okay, Mucolari kriegen wir vielleicht noch los. Ich hoffe, Break beruhigt sich wieder. Ich bin mir aber nicht sicher. Mucolari vorwechsel. Ich hoffe es. Auch wenn er relativ jung ist. Sehe ich da jetzt momentan nicht zwangsläufig Zukunft für ihn. Okay, ein weiteres. Und plus, er ist sowieso angepisst. Der war richtig sauer nach dem Gespräch, das ich mit ihm hatte. Okay, El Perrin geht vor. Das ist in Ordnung. Blank hat man, glaube ich, schon durch. Ich glaube, sonst sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Das Problem ist, die Mannschaft ist ein bisschen gealtert, würde ich sagen. Rotwald. Äh, den brauchen wir nicht. Marenin. Der wäre ziemlich gut. Hau dir mal noch ein Jahr auf die Auswahlliste. Die nehmen wir beide an. Ich hoffe, er geht. Weil er ist eigentlich unzufrieden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Also er kriegt kein besseres Gehalt, dann vielleicht. Aber irgendjemand wird da bestimmt was Gutes bieten. So, die letzten Stunden des Transferfensters schauen wir nochmal durch. Wie gesagt, ich glaube, Nico Blank hatten wir bereits einen Vertrag angeboten. Jonas Hoffmann. Okay, da haben wir nicht die finanziellen Mittel dazu. Döbert ist ein Torwart. Äh, Notnagel. Weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir dem so einen schlechten Vertrag anbieten können. Sonst geht das gar nicht. Äh, Michael Sänger. 26 Jahre. Er hat eigentlich keine schlechten Stats. Hat auch keinen Vertrag. Interessanterweise. Können wir Hauswechselspiele unter Umständen gebrauchen. Warum ist, wird der hier auf vier Sterne angezeigt und dann, hier ist nichts. Great CU. Boah, der ist auch stark. Ähm. Da hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Teilzeitvertrag. Oh, wir können wieder, wir können wieder, wir können wieder, was bieten. Tatsache? Ha. Hast du Angebote? Du hast Angebote. Er ist ja eigentlich halt auch nur ein Auswechselspieler. Das ist ein guter Auswechselspieler. Zweifelsohne. Aber ich probiere es mal so. Innenverteidiger, Manske, äh, hat sowieso einen Vertrag. Da haben wir den jungen Dünzinger. Hat jetzt eigentlich nicht die schlechtesten Stats. Hat aber so, so oder so einen Vertrag. Das heißt, der wird wahrscheinlich, äh, nicht zu uns kommen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis, äh, das Transfer, wenn es da durch ist. Wenn die Transferfenster schliessen, dann passiert immer unglaublich viel. Angebote für Crazy You. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. dass die dann höchstwahrscheinlich ein anderes Angebot annehmen. Okay, Mucolari wechselt. Fantastisch. Einer weniger. Irgendwas bedrückt ihn. Okay. Was hast du mit... Mucolari. Das soll erst aber kein großes Thema werden. Aber ich bin enttäuscht, dass sie es für nötig hielten, ihn in Mucolari zu verkaufen. Ja. Ich weiß nicht, was wir dem jetzt sagen sollen. Ja, du musst dich hier nicht einmischen. Du bist Stammspieler, bei dir läuft es doch gut. Ich kann es nicht mehr ändern. Okay. So, ist er zufrieden und er will keine weiteren Probleme mehr verursachen. Husic. Hm. Ich denke mal, den sollten wir... Okay, der ist noch auf der Auswahlliste. Gresio geht... Gresio geht... Ja, habe ich mir fast gedacht. Sänger geht auch zu einem anderen Club. Blank und Hoffmann... Moment mal, Hoffmann haben wir keinen Vertrag angeboten? Ach, weil momentan die finanziellen Mittel fehlen. Ach, unser neuer Ersatztorwart. Sehr schön. Dann sind wir jetzt da auch wieder gedeckt. Hoffentlich wirst du nie ein Spiel bestreiten, aber es ist gut, dich zu haben für den Fall der Fälle. Der ist nicht gut, aber er ist fast alle Stricke reißen besser als einer von der U19. in Navarro Finn Becker bleibt. Wir können den auch einfach entlassen. Ich bezweifle, dass der noch großartig besser wird. Komm, ich schmeiß den raus. Der ist mir momentan zu teuer. Wir müssen Geld sparen. und Nico Blank kommt zu uns. Das war okay, der kann überall spielen. Die Stats sind jetzt da nicht so gut. Ich werde es vielleicht bei dem Hoffmann nochmal probieren. Kaderregistrierung. Wir haben einige Spieler jetzt zugekriegt, die Scouting-Update. Oberst Wahrzahl glaube ich schon mal bei uns im Probetraining. Was ist mit Hoffmann? Immer noch nicht. Mannske 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 können wir eigentlich aus dem können wir das Probetraining eigentlich beenden. Das Problem ist, wenn er nicht glücklich ist, wenn er hier irgendwas Negatives hat, dann ist die maximale Zufriedenheit ziemlich gut. Und das nervt mich. Das möchte ich natürlich nicht haben, aber ich weiß nicht, wie lange das geht, bis das weg ist. Wenn das zu lang geht, dann werden wir ihn wahrscheinlich verkaufen müssen, weil dann wird er auch keinen neuen Vertrag akzeptieren in der nächsten Saison. Ich probiere mal eine Vertragsverlängerung, sobald das Transferfenster zu ist. Vielleicht beruhigt er sich dann. ansonsten muss ich gucken, ob ich ihn in der nächsten Saison loswerden kann, aber das Problem ist, dann fehlen uns die jungen Spieler. Wir haben jetzt viele Spiele verpflichtet, die aber allesamt eigentlich ein bisschen zu alt sind. Wir brauchen, wir müssen unser Geld für ein paar richtig gute, junge Talente dann ausgeben. Ich hoffe, das Gehaltsbudget wird jetzt nicht wieder gekürzt. Jetzt schließt das Transferfenster. Deswegen dauert das so lange. Monatliches Finanzupdate, ja, das sieht natürlich auch schlecht aus. Finanzen, Gehaltsbudget erhöhen, ich glaube, das werden sie nicht tun. Und Trainerlehrgang wäre auch nicht schlecht. Auswahl bestätigen, dann können wir an das Spiel gehen. Okay, das sind die ganzen Wechsel. Trainerlehrgang wurde abgeschmettert. Waldorf-Mannheim möchte ich noch machen in dieser Episode und Update zum Mannschaftsgefüge. Okay. Brake ist ein einflussreicher Spieler mittlerweile. Das ist gut, grundsätzlich. Windmüller für Sumang machen wir ganz sicher nicht. Wir können kontrolliert spielen, das ist okay. Blank für Selenthin, das werde ich mir anschauen. Gelbsperre ist kein Problem. Blank für Selenthin. Ich weiß nicht. Wörle war Mittelfeld. Haben wir nicht Schramm noch auf der? Okay, der spielt aber schlechter. Wörle ist könnte auch weiter vorne spielen. Was ist, wenn wir Okay, lassen wir Folgendes machen. Wir ziehen Wir schmeißen Wörle da hoch und wir bringen Blank in die Verteidigung und Wörle als Flügelspieler. Ich glaube, das ist gut. Und Selenthin können wir dann den Vertrag auslaufen lassen. Hoffmann nochmal probieren. Nope, immer noch nicht. Manske habe ich gesagt, kann raus oder würde ich sagen, gehen wir zum Spiel. Ja, keiner hat Spielpraxis, ich weiß. Ist unglücklich, aber passt. Das sollte eigentlich ein lockerer Sieg werden, also alles andere wäre eine ziemliche Katastrophe. Das Problem ist, Break entwickelt sich zu gut und deswegen hat er jetzt das Interesse von sehr vielen anderen Clubs geweckt und ich weiß nicht, warum das nicht schon früher passiert ist, aber das ist tatsächlich jetzt ein bisschen ein Problem. Oh ich denke mal, das Highlight ist zu Ende. Wir brauchen Tore, Jungs. Einfach nur Schüsse aufs Tor, es reicht leider nicht. Na kommt. Eieiei. Das war glaube ich ein 6-2 im Hinspiel und jetzt ist Tote Hose. Vielleicht jetzt. Werle? Holt den Eckball raus, aber das ist leider nicht das, was ich mir erhofft habe. Zobel kommt ran, aber verschiesst. Ah. Wie sind Werle-Stats? Wie sind Blanks-Stats? Ungefähr beide gleich Scheisse, ne? Leute, da muss mehr kommen. Ohne Zweifel. Spielt zwar keiner wirklich grottenschlecht, aber wir brauchen ein Tor. Massenhaft Chancen, aber kein Tor. vielleicht jetzt. Selbst der 1 nur Glück gehabt. Okay, direkt das nächste Highlight. schlecht. Schlecht. Ignorier das. Oh, der kriegt eine rote. Okay, vielleicht hilft uns das ein bisschen. Auswechslung. Wir bringen Kilic für Strodel. Wir bringen Schramm für Werle, oder? Ja, passt. Wir bringen Wir bringen Wörle für Break. Das soll es jetzt mal gewesen sein. Den letzten sparen wir uns auf. wieder ein Highlight. Na komm, nehmt denen den Ball weg, die sind zu neunt. Darf kein Unentschieden geben. Okay, gut. Dickman zu Schramm und der verschießt. Darf doch nicht wahr sein. Wir haben noch einen Wechsel. Reminger oder Blanc schmeißen wir raus. Okay, wir müssen offensiv spielen. Sumac spielt schlecht, aber der ist gut in der ist noch einigermaßen Pfiff. Ich denke, wir bringen Baumgärtel. Selbst ein 1-0 wäre okay. Okay, Würle. Trifft zum 1-0. Endlich! Ich denke, wir spielen weiterhin offensiv. Auch wenn es eine Gefahr ist, aber die Gegner sind zu neunt, äh, zu zehnt. Einmal weniger. hier. Oh, was war das denn? Giorgio? Oh, guter Schuss. Richtig guter Weitschuss. Okay, 2-0. Jetzt fühle ich mich langsam besser. Zobel hat gelb. Ich glaube, Sumag ist der, der von der Gelbsperre unter Umständen betroffen wäre. Sehr schön. Huh, nochmal Glück gehabt. Das war eine lange Zitterpartie. Aber wir haben dann noch verdient gewonnen. Was auch wichtig war. Wir haben die anderen gespielt. Großasbach hat gewonnen. 1-0. Pforzheim hat Freiberg hat gewonnen. Pforzheim hat auch gewonnen. Hm. Und Reutlingen ist abgeschlagen. Also das sind wirklich die vier die um die Tabellenspitze sage ich jetzt mal kämpfen. Wir haben gewonnen. Das ist gut. Giorgio beendet. Torflaute. Das ist wundervoll. Scouting abgeschlossen. Wobei den müssen wir nicht zum Probespielen einladen. Huh. viel zu alt. Nun gut mein Lieben. Ich denke wir machen an dieser Stelle einen Break. Ich bin auch mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oder noch geht. Oder noch geht.